Hallo, wo ist meine Waffe? Ist keine gedrobt worden, was hat es für eine? Ähm, ich glaube ein Sturmgewehr auf jeden Fall. Die Standard, diese AR-15? Ja. Ja, die kostet 150, ich krieg's von mir jetzt Geld. Okay, danke. Und meine 600 Ammo. Achso, hä? Genau deswegen kaufe ich's nicht, weil genau das passieren kann. Nee, aber ich wollte dich erstmals nicht treffen. Okay. Ich gehe nie wieder in die verdammte Stadt. Was? Okay, ernsthaft. Ernsthaft. Bei mir. So. What the hell? Ja, Mann. Das war. Das war mächtig. Ernsthaft, das war what the fuck. Ist doch besser das. Ist besser doch, sich was Schönes anzuschauen, oder? Was zum Hacker? Ja, man kann andere, man kann, man kann andere, wenn sie stehen, töten, wenn man selber sitzt, aber man kann nicht getroffen werden, wenn man sitzt. Gibt's ein extra Eidon für. Ach, hört mal, jetzt. Jetzt kommt Best Delete, das ist von mir angefordert. Also, das ist mein Favorit Lied. Aha. Bleib sitzen, bleib sitzen. Aha. Und damit verdient jemand Geld. Ja. Was passiert hier? Ja, dann weiter aufhören, um die meine Hände zu machen. Also, die Ballern. Nimm deine scheiß Waffe runter. Kann ich vielleicht eine andere Übung machen? Deine Waffe runter. Wie gesagt, die Little Pump Übung. Deine Waffe runter. Es wird nicht aufeinander geballert. Habt ihr das verstanden? Zur Übung, zur Spaß, was auch immer. Das ist ein goldene Regelbuch. Mit Platzparton auch. Platzparton auch, ja. Es wird nicht aufeinander geschossen. Dürfen wir auf den Fenster schießen? Ja. Du bist eigentlich komplett beendet. Vielleicht. Das war nicht erwartet. Okay. Aber auf dem Schießstand ist das hier. Können wir auch sowas haben, zum Schlagen? Schießstand, ja. Was ist da? Komm mal mit. Dürfen wir alle auf dem Schießstand trainieren? Stehenbleiben, stehenbleiben, Kolonne alphabetisch ordnen. Geht. Ja, ich hab das hier. Alle salten nach vorne mitgeguckt. Salutieren. Salutieren. Salutieren hab ich gesagt. Ich drück die ganze Zeit schon drauf. Das geht irgendwie nicht. Der Moment, wo man nichts sehen kann. Lengtickmuskel. Ah. So kommt man also hin. In einer Reihe aufstellen. Waagerechte Reihe. Zum Schießstand gucken. Ist eigentlich grad keiner von der Miliz da, oder ist der Typ da? Hier oben. Keiner ist da. Der hier. So. Lüste. Okay. Oh. Hey. Der Moment, wo du ein Connection-Problem hast. Und einfach nur alle schon. Das ist einfach nur geil. Das ist einfach nur geil. Meine Güte. Ich glaube, das ist ein guter Moment, das hier jetzt zu werden. Danke fürs Zuschauen. If you enjoyed the video, give it a like and show it to your friends. You can also subscribe and don't forget to click on the bell so you never miss a video. Until next time, you're there, man. and don't forget to click on the bell. 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 Vielen Dank.